Freitag, 22. Juni 2018 6.08.1. Sampaoli ist der falsche Trainer für Argentinien. Es ist nicht lange her, da war Jorge Sampaoli einer der begehrtesten Trainer im Weltfußball. Bei der WM 2014 führte er Chile ins Achtelfinale, ein Jahr später zum ersten Mal überhaupt zum Sieg in der Copa America. Im Januar 2017 gewann davon Sampaoli trainierte FC Sevilla 2 zu 1 gegen Real Madrid und beendete damit die Rekordserie der Königlichen, die zuvor 37 Pflichtspiele in Folge nicht verloren hatten. Getty Images roche Sampaoli keine Frage, Sampaoli weiß, was er tut. Allerdings feierte er seine größten Erfolge mit Teams, die als Underdogs galten und in erster Linie auf eine kompakte Grundordnung und schnelles Umschaltspiel setzen konnten. Die Albis Celeste muss allerdings gegen die meisten Gegner das Spiel machen. Dafür scheint der Trainer kein passendes Konzept zu haben. Argentinien stolperte durch die Qualifikation und kassierte in der WM-Vorbereitung eine 1 zu 6 Klatsche gegen Spanien. Dieser Trend setzt sich in Russland mit dem Unentschieden gegen Island und der klaren Niederlage gegen Kroatien fort. Kritisiert wird Sampaoli unter anderem für seine Personalentscheidungen, die hoch veranlagten Kreativspieler Paolo Dybala und Eva Baniga standen weder gegen Island noch gegen Kroatien in der Startformation. Aber auch die taktische Grundausrichtung stimmt nicht. Statt ihr enormes offensives Potenzial zu nutzen, spielten die Argentinier defensiv und schafften es nicht, Lionel Messi und Sergio Aguero in die Partie einzubinden. Zweite Kroatien kann ins WM-Finale einziehen während Argentinien um den Achtelfinal-Einzug bangen muss, gehört Kroatien zu den positiven Überraschungen der WM. Ein Blick auf den Spielplan zeigt, wenn die Kroaten so weiterspielen wie bisher, können sie sehr weit kommen. Als Sieger der Gruppe D würden sie im Achtelfinale auf den zweiten aus Gruppe C treffen. Das wäre nach aktuellem Stand Dänemark, eine machbare Aufgabe. Im Viertelfinale wartet dann vermutlich Spanien, oder Portugal. Auch gegen diese beiden Nationen kann Kroatien mit seiner Mischung aus kompakter Grundordnung, körperlicher Robustheit und individueller Klasse in der Offensive bestehen. Im Halbfinale könnte der Gegner England oder Belgien heißen. Beide Aufgaben wären schwer, aber nicht unlösbar. Zu einem Duell mit den Top-Favoriten Brasilien und Frankreich käme es wohl erst im Endspiel. Dreirebic ist nicht zu halten Die erste Hälfte des Spiels Argentinien gegen Kroatien war geprägt von unkreativem Sicherheitsfußball. Es gab viele Unterbrechungen und wenig Tempo. Einer der wenigen Lichtblicke, an Tarebic Dem Flügelstürmer von Eintracht Frankfurt wurde schon in jungen Jahren eine große Karriere vorhergesagt, die allerdings stockend anlief. Mit 19 Jahren wechselte Tarebic aus Split nach Florenz, wurde von dort nach Leipzig in die zweite Bundesliga und Verona ausgeliehen, kam aber bei allen drei Vereinen nicht regelmäßig zum Einsatz. Erst in Frankfurt ging es bergauf. Vor einem Monat schoss er die Eintracht mit zwei Toren zum DFB-Pokalsieg gegen die Bayern. Das Spiel gegen Argentinien könnte man als einen internationalen Durchbruch bezeichnen. Durch gute Laufwege, trickreiches Spiel und Durchsetzungsstärke beschäftigte er meist mehrere Gegenspieler. Rebic war von den Argentiniern nicht zu halten. Nach der Pause wurde es noch besser, mit seinem schönen Volley-Schuss leitete der 24-Jährige den Sieg der Kroaten ein. Sollte Tarebic ein weiteres Spiel dieser Güteklasse abliefern, wird er auch für Eintracht Frankfurt nicht zu halten sein. PDF-Download-Spielplan und Ergebnisse PDF-Größe 351 Gütte